Herzlich Willkommen zu einer weiteren Partie Let's Battle Together Age of Empires 3 The Asian Dynasties mit den Battle Brothers. Ja, Weizung und... Dörnerbarer, ich kann unseren Kanalnamen schon wieder nicht aussprechen, ich hoffe nicht, dass dieses Syndrom zurückkehrt, aber... Sauber. Richtig guter Anfang. Wir spielen heute mal wieder auf der Deckhahn und diesmal seht ihr das Ganze ganz ungewohnt mal wieder aus der Perspektive vom Wunderbaren. Wir spielen hier auf einer großen Deckhahn, äh, auf einer kleinen Deckhahn diesmal. Gegen random Online-Gegner, die uns mit Osmanen und was spielt der zweite? Azteken. Azteken, genau, Azteken auf die Fresse geben wollen. Mal gucken, ob das klappt und ihr seht heute die Japaner, ach Quatsch, die Chinesen-Einführung vom Wunderbaren hier jetzt live. Ist schön, dass du mir meine komplette Anmoderation kaputt machst in meinem Video, Alter. Ja, weil du gerade nur Scheiße gelabert hast in dem Moment. Das ist schon wieder keine Begründung, Mann, echt nicht. Mann. Digga. Genau, also Spaß beiseite. Wir sehen hier eine Runde Chinesen. Hier sehen wir sie, genau. Und das war dann eigentlich auch schon das Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Man hört und sieht sich in zukünftigen Videos. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich hab mir jetzt kurz überlegt, die Aufnahme jetzt tatsächlich abzubrechen und das Eisgalt so hochzuladen. Ich glaube, das ist den Witz nicht wert. Nee, also Spaß beiseite. Wir haben hier also heute meine kleine Vorstellung zu den Chinesen und die zeichnen sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie eben sehr, sehr billige und sehr, sehr viele Einheiten haben. Gerade am Anfang haben die halt einfach so wirkliche Wegschmeiß-Infanterie. Also wirklich, wirklich schlechte Infanterie. Und auch später wird's nicht viel besser. Sie haben ein großes Problem mit Kavalerie. Und vor allem haben sie auch ein Problem damit, dass sie eben nicht gezielt Einheiten ausbilden können, sondern sie haben Banner-Armeen, die aus zwei Einheitentypen bestehen, die sie eben ausbilden. Das macht die Armeen ähnlich wie bei den Russen, die ja auch Dorfbewohner zum Beispiel in solchen Blobs ausbilden, ein bisschen billiger. Aber es sorgt halt auch dafür, dass man ein bisschen unflexibler wird, weil man halt einfach nicht einen Einheitentyp gezielt eben ausbilden kann. So, und du wolltest auch noch irgendwas sagen? Genau, unsere Gegner haben ziemlich rushige Decks mit Husan und Yannitschan bei dem Osmanen. Und der Azteki hier mit seinen Totenkoppen, äh, Koyotenläufern im Zweiten. Und Dorfbewohner-Boosts. Ja, das ist ja gar nicht mal so lustig. Nee, deswegen müssen wir durchaus drauf achten, dass wir hier gerade auf einer kleinen Karte natürlich auch aufpassen und hier jetzt keinen Scheiß zusammenspielen. Absolut richtig. Und viele Einheiten aus dem Feld bekommen, bevor uns die Gegner hier die Basis einrennen. Ja, so, das war in etwa der Plan, genau. Ich hab theoretisch den, warte, welcher war das jetzt? Den Azteken auf meiner Seite. Das ist der gute Spieler. Oder der bessere Spieler. Raito. Genau, wir spielen gegen einen sehr guten Spieler, gegen einen etwas weniger guten Spieler. Müssen wir mal gucken, wie sich das gleich ausbalanciert. Und ich kann eigentlich schon mal versuchen, einen Wald zu bauen. Vielleicht krieg ich den diesmal ja sogar durch. Ach ja, also ich mein, es bringt halt irgendwie nichts, sich einzumauern, ne? Naja, es erkauft einem Zeit. Hier läuft schon ein Kriegerpriester auf der Karte rum. Schön, schön. Genau, ich bin ja noch nicht fertig hier mit dem, was ich über die Chinesen sagen wollte. Nein, das wollte ich auch nicht abbrechen. Eigentlich wolltest du das schon. Abbrechen vor allem, unterbrechen. Du wolltest mich abbrechen? So ein Hard-Reset. Ja, genau. Wir haben also, wie mit allen anderen asiatischen Völkern halt eben auch die Möglichkeit, dass wir Wunder bauen, statt im Dorfzentrum zu agen. Boah, es kann wohl nicht sein, dass ich dieses scheiß Wunder nirgendwo in Auftrag geben kann. Ich hasse kleine Karten. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Ich auch. Schön, dass wir uns da einig sind. Absolut. Gar keine Debatte an der Stelle. Genau, das hat also den Vorteil, dass wir eben unser Dorfzentrum während wir agen weiter benutzen können. Wir haben aber auch den Nachteil, dass wir eben bis zu acht Siedler an einem Ding eben bauen müssen. Die lammeln in der Zeit logischerweise halt nichts. Und das erste Wunder, was ich hier baue, ist ein Wunder, das es uns ermöglicht, Bannerarmeen zu produzieren. Also kostenlos. Sprich, also wir kriegen halt alle paar Minuten kostenlose Einheiten. Und das ist ganz angenehm, weil wir am Anfang eben extrem viele Einheiten brauchen mit den Chinesen, weil die eben einfach sehr, sehr stark auf Masse gehen. Und man braucht diese Masse eben auch. Und wenn man sie nicht hat, dann hat man ein Problem. Und Probleme zu haben, sagt Dick. Sag ich mal. Also Opro ist zacken. Es zackt auch, dass ich es hier vom Coordinating gerade nicht hinkriege, vernünftig in meiner Basis hier die Einheiten und die Gebäude zu bauen und gleichzeitig die Bälle zu bauen. Spielst du eigentlich Portugiesen? Ja, ich spiele Portugiesen. Richtig. Gut, dass du es sagst. Sonst hättest du es glatt wieder vergessen, ne? Boah, ist das echt ungewohnt, hier auf einer kleinen Karte zu spielen. Das ist ja Wahnsinn. Na, Platzmangel in einer neuen Dimension, ne? Aber wirklich, das ist ja echt der Wahnsinn. So. Damit ist unser Wunder dann fertig. Das produziert uns hier jetzt diese wunderschönen Bannerarmeen. Wir brauchen jetzt mehr Häuser. Die kann man sich bei denen hier in Form von Riksha schicken lassen. Das macht durchaus auch Sinn, weil wir haben am Anfang ein kleineres Häuser-Limit, das wir uns eben erst durch Hallandstadt-Ladungen erhöhen müssen. Was auch durchaus wichtig ist, weil ansonsten kommen wir nicht auf unsere maximale Bevölkerung. Wir haben hier eine erhöhte maximale Bevölkerung. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also wir haben insgesamt nicht wie bei allen anderen Völkern 200, sondern 220 Einheiten zur Verfügung. Und die brauchen wir auch bitter, weil wir eben halt so schlechte Einheiten haben und ansonsten einfach keine Chance haben, gegenzuhalten, gegen das, was uns die anderen Völker entgegenwerfen. Wir sehen es hier, also die Einheiten sind sozusagen recht teuer, aber dafür kriegen wir halt auch jeweils sechs Stück für das, was wir da ausgeben. Und dann hat man natürlich schon wieder ein ganz anderes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da haben wir einen Kriegerpriester in der Mitte stehen. Ich versuche den mal zu erschießen. Es muss ja nicht sein, dass der da rumsteht und blöd aus der Wäsche guckt. Naja, absolut nicht. Da kann man das lieber mal unterbinden, denke ich. Da würde ich dir absolut recht geben. Unterbinde ihn. So, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall, dass unsere Bannerarmeen schneller ausgebildet werden, weil das dauert bei den Chinesen leider doch recht lange. Ich meine, ist ja auch verständlich, wir bauen ja jedes Mal sechs Einheiten. Das heißt also, dass das ein bisschen länger dauert als bei den anderen Völkern. Das ist ja durchaus fair. Aber man muss es ja trotzdem nicht überstrapazieren, sag ich mal. Ne, muss man in der Tat nicht. So, was ist euer Problem? Ihr habt da jetzt fertig Elefanten gejagt, dann könnt ihr jetzt da mal weiter Elefanten schießen gehen. Ich brauche keine Dorfbewohner und keine Militäreinheiten. Das ist in der Tat fatal. Ja, beides ist geil eigentlich. Also, sowohl Militärinheiten als auch Dorfbewohner ist wirklich nice to have. Also, hier in der Mitte ist aber halt bisher auch nichts, deswegen bin ich gerade am... Wobei doch, da oben haben wir ein Aztekengebäude. Jo, und da sind die Einheiten. Makahui-Chain. Ja, gut, klar. Alles andere hätte mich jetzt persönlich auch sehr stark gewundert. Ja, heißt aber, dass die da in der Mitte gleich die Ressourcen wegfarmen können. Pass auf deine Dorfbewohner da unten auf. Welche Dorfbewohner? Du siehst das, was da ankommt, ne? Die da direkt vor dem Tor sammeln. Die sammeln hinter dem Tor. Ja, aber wenn die gegen das Tor anlaufen, sind deine Dorfbewohner ja trotzdem weg. Zur Kenntnis genommen. Gut, mehr wollte ich doch gar nicht. So, wir sammeln hier jetzt langsam unsere Armeen zusammen. Also, wir kriegen natürlich jedes Mal sechs dazu. Das heißt, da kommt natürlich schon so ein bisschen was zusammen. Ich habe jetzt hier eigentlich auch meine Leute da. Also, ich meine, wir können uns jetzt überlegen, ob wir das hinnehmen wollen, dass wir uns da direkt auf den Füßen rumtanzen. Oder wir können... Versuchen, da reinzugehen. Ja. Von mir aus können wir auch versuchen, da reinzugehen. Also, ich meine, solange wir halt nur den Azteken erwischen, können wir das ja eigentlich nur gewinnen. Im Worst Case kriegen wir Ultra auf die Fresse. Ja, ne? Das ist irgendwie eine tröstende Einsicht. Aber... Tröstend würde ich das nicht nennen. Wichtig ist, dass wir uns... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es wäre schön, wenn du wartest, bis ich da bin mit meinen Einheiten. Ich laufe dir ja so ein bisschen hinterher gerade. Okay, die kommen gerade zurückgelaufen. Kommst du da bitte hin und greifst da an? Ja, ja, ja. Ach, scheiße, sind die schnell, ey. Ja, das sind die Waldläufer von denen. Ah, nicht die Waldläufer. Ja, da sind sie. Gut, danke. So, dann versuchen wir uns mal da durchzuschnetzeln und wir bauen in der Zeit weitere Häuser. Das kriege ich nämlich gerade hier vom Koordinieren nicht gerade wirklich gut auf die Kette. Wir müssen die Dorfbewohnerin da töten, bevor die wieder eine Kriegshütte baut. I'm on it. Na, die rennt weg, leider. Können wir den Kriegshäuptling da bitte einmal erschließen? Ja, der ist down. Da kommt die Dorfbewohnerin wieder. Okay. Oh, jetzt das Gebäude eh tot ist. Ja, das hat selber nichts zu tun gerade. Ja, das sehe ich. Daddies zur Kenntnis genommen, auch wenn es nicht schön ist. Und ich habe auch keine Dorfbewohner produziert, like a boss. Aber das war jetzt... Sehr gut, mein Kundschaft da lebt wieder. Aber ich würde sagen, Rush erfolgreich abgewehrt. Ja. Wir haben hier jetzt relativ viele große Schätze rumliegen. Also wir haben hier vor der Basis halt einen Schatz mit 200 Münzen und 300 Holz. Ich würde vorschlagen, dass wir mal uns dran machen, die zu heben. Ja, wir kümmern uns mal erstmal um den 300 Holz Schatz. Ich glaube, wir haben so viele Einheiten, wir können das auch aufteilen, oder? Ja, ich laufe jetzt erstmal zu dem 300 Holz Schatz rüber. Ich habe halt gerade keinen Kundschaft da, um den zu heben. Das ist das Problem. Die Frage ist, was macht halt unser Gegner jetzt gerade so? Aber ich habe da einen Dorfbewohner da. So, der Schatz hier ist gehoben. Wunderbar, nehmen wir doch gerne mit. So, und jetzt können wir vielleicht nochmal 1, 2 ans Gold abziehen. Das hier finde ich aber auch dreist. Oh, baut er da direkt vor deiner Basis hier Gebäude auf? Zumindest hat er da mal den Handelsposten hingestellt. Na sowas. Okay, da habe ich es mir gerade anders überlegt. So möchte ich das dann doch nicht machen. Ich bin gerade jetzt bei mir selber ein bisschen am ringen, wie viele Einheiten ich jetzt tatsächlich noch so bauen soll. Aber der gedenkt das auch nicht zu verteidigen. Der hat da einfach nur den Handelsposten hingestellt. Ja, ist doch schön. Freut man sich doch. Ja, reißen wir doch mal ab den Scheiß. Weg mit dem Rotz. So, wir töten mal unsere Tiere, die wir noch an der Basis stehen haben und punkten bei der Dorfbewohner raus. Wir können jetzt da oben auch wieder jagen. Das ist super. Wir bauen den ersten Handelsposten, wir bauen den zweiten Handelsposten und wir bauen nochmal ein Haus. Und jetzt das schnellere Holz sammeln, würde ich sagen. Und ich baue jetzt übrigens hier gerade auch nochmal eine Basis auf, damit wir da die ganze Zeit durchsammeln können. Du bist herzlich eingeladen, da auch was aufzubauen. Ja. Ich denke, das macht Sinn. Zwei verrierte Wasserbüffel, ja. Mein Gott, wenn sonst nichts ist. Ich sehe zwar den Mehrwert nicht so richtig, aber... Hier hat er sogar noch einen Handelsposten gebaut, den können wir auch gleich mal abreißen. So. Ich befinde mich jetzt so langsam auch auf dem Weg ins nächste Zeit, Alter. Ich brauche noch 100 Gold und dann geht es hier weiter. So, also was wir hier bisher gesehen haben ist, also meine Einheiten sind sehr, sehr schwach, wie ihr sicherlich jetzt also im Video auch schon gesehen habt. Also relativ wenig Schaden und auch relativ wenig Lebenspunkte. Also ein Chukunu hat 90 Lebenspunkte. Der braucht irgendwie so ein Musketier halt nochmal so gegenpusten und dann ist der tot im gewissen Sinne. Ja, das ist leider wahr. Das ist aber im Endeffekt auch gar nicht mal so schlimm, weil wir haben ja im Idealfall eben sehr, sehr viele davon. Und das Zweite, was ihr gesehen habt, also wir haben drei verschiedene Bannerarmeen am Anfang. Zwei von denen kosten Gold und eine kostet Holz. Also alle kosten Nahrung und was ich halt gerade genannt habe, war halt sozusagen jeweils die sekundäre Ressource. Jetzt kommt unser zweites Wunder. Das ist ein sehr relevantes Wunder, nämlich der sogenannte Porzellanturm, der es uns ermöglicht, durchgängig eine kleine Menge an Rohstoffen eben zu produzieren. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Bonus, wie ich finde, weil wir damit natürlich langfristig, zumindest einigermaßen wirtschaftlich, mithalten können mit den europäischen Nationen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Der eine... Ach, Blödsinn, du bist ja gelb diesmal. Ich bin schon am Schlafen. Alles gut. Ich habe gedacht, der eine wäre schon im Dritten. Ich habe schon einen Schreck bekommen. Nein, 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 nein. Das war ich. Da muss ich das Ganze auf meine Kappe nehmen, aber ich denke, das ist nicht so tragisch. Ja, das muss ich auch mal sagen. Ich habe jetzt heute auch durchaus schon schlimmere Neuigkeiten gehört als das. So, wir bauen aus zwei Dorfzentren hier jetzt weiter Einheiten und das Dorfzentrum habe ich da ehrlicherweise ziemlich dämlich hingestellt. Schade eigentlich. Welches Dorfzentrum hast du wo dämlich hingestellt? Ich habe da drei Dorfzentren jetzt so nebeneinander gestellt und das macht halt irgendwie jetzt nicht so viel Sinn. Ja, es ist schon empfehlenswert sehr, mit ein bisschen Abstand zu bauen. Damit man halt, also damit sie die Dorfwohner halt frei außenrum bewegen können. Ja, das ist nicht so. Also die kommen da schon drum rum. Das ist jetzt nicht die Sache, aber... Ich habe halt jetzt zum Beispiel da jetzt die ganzen Ressourcen, die ich in der Nähe habe, kann ich da natürlich jetzt nicht sammeln. Und ob das jetzt so sinnvoll war, ist halt die Frage. Ja, das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. So, da ist unser Porzellanturm fertig. Hier haben wir auch mehrere Optionen. Also wir können entweder eine von den Ressourcen sammeln oder alle... Wir wollen natürlich alle im Moment sammeln, weil ein Bonus an allen Ressourcen ist momentan mir das Liebste. Gleichzeitig bauen wir jetzt auch mal unseren... unser Konsulat. Das funktioniert natürlich genauso wie zum Beispiel bei den Japanern auch. Also wir haben im Endeffekt also Konsulatsarmeen, die wir da anfordern können. Und diese Konsulatsarmeen, die sind ein nettes Gimmick, was hauptsächlich eben relevant ist an den Konsulaten, ist aber eben sind nicht die Armeen, sondern ist die Möglichkeit dort auch Weiterverbesserungen und Gebäude aus den westlichen Nationen, mit denen man sich da verbinden kann, anzufordern. Und unter anderem haben wir da die Möglichkeit, uns so tolle Sachen schicken zu lassen wie eine russische Fabrik und einen Zufluss aller Rohstoffe von den deutschen Verbündeten. Und beides ist natürlich mega geil. Also wir haben schöne Boni, die wir da bekommen und die sind auch sehr, sehr relevant. Mit diesen Boni sind wir wirklich in der Lage, wirtschaftlich mit einer europäischen Nation mitzuhalten. Also es ist tatsächlich so, dass wir da Chancen haben, auch durchaus eben gegen, sagen wir mal zum Beispiel mal einen Briten auf lange Sicht eben standzuhalten, was finde ich schon sehr, sehr besonders ist. Schon eine Ansage. Ja, genau. Das schafft man mit den anderen asiatischen Völkern nicht so ohne weiteres. Also der Chinese... Also vor allem nicht einfach für die Basis. Also mit den Portugiesen kriegt man das schon hin. Ach Quatsch, mit den Portugiesen. Mit den Japanern meinst du? Mit den Japanern. Aber dafür muss man halt dann die ganze Karte kontrollieren, um seine Schreine ausspielen zu können. Genau, man braucht halt mit denen auf jeden Fall dann die Schreine für den Spaß. Und wenn man die nicht hat, dann ist das auch durchaus schwierig, eben auf die entsprechende wirtschaftliche Stärke zu kommen. Und mit den Chinesen kann man das halt einfach ganz entspannt in der Basis machen. So, jetzt habe ich aber das Konsulat fertig gebaut. Ich habe die ganze Zeit drüber geredet, aber ich habe mir dann auch keinen Verbündeten angelacht. Das ist ja auch irgendwie jetzt ein bisschen inkonsequent gewesen, muss ich mal sagen. Ich gehe im Übrigen jetzt ins Vierte, weil ich halt gerade wirklich massig Ressourcen dafür habe. Aber ausgehend von der Tatsache, dass unsere Gegner uns hier irgendwie sowieso momentan nicht gedenken, so besonders viel entgegenzusetzen, werde ich das jetzt auch mal machen. Ich baue aber gleichzeitig auch Armee. Also ich baue jetzt gerade Orgelkanonen und ich möchte mit denen eigentlich gleich mal angreifen. Einfach nur, um denen auch nicht das Gefühl zu geben, dass sie hier locker spielt werden. Ja, das kannst du gerne machen, aber man muss vor allem eben halt auch sehen, dass ich momentan auch gar nicht so unglücklich darüber bin, dass wir nicht angegriffen werden, weil ich jetzt natürlich diesen tollen chinesischen Wirtschaftsbonus hier ausspielen kann. Klar, aber ich sehe einfach nur das Risiko, dass unsere Gegner sich irgendwann denken, jetzt greifen wir mit voller Armeestärke an. Uns ist das schon passiert. Ja klar, man muss Spiele nicht wegwerfen. Das ist wahr. Ganz genau das. So, ich baue in der Mitte übrigens auch nochmal eine Kaserne, wie du mich ja schon vor Jahrhunderten gebeten hast, das zu tun. Ach das. So, jetzt haben wir auch endlich unsere drei Dorfzentren am Start und pumpen jetzt fröhlich aus drei Dorfzentren Siedlern. Und also unser großer Vorteil, den wir im Moment haben, ist ja natürlich die Map-Control. Also wir können hier jetzt einfach wunderbar die ganzen Ressourcen in der Mitte absammeln. Was nicht oft vorkommt bei unserem Spielstil. Nee, normalerweise muss man sagen, dadurch, dass wir uns einfach sehr passiv verhalten in der Regel, ist das nicht unbedingt garantiert. Und eher selten der Fall. Ja. Das trifft es vielleicht noch eher. So, was ist dein Problem? Pling, viertes, here we go. Warte mal. Habe ich mir jetzt die besseren Reißfelder schon schicken lassen? Nee, die brauche ich jetzt nämlich mal. So, da sind wir im vierten. Und können jetzt mal ein Dorfzentrum vielleicht etwas sinnvoller in Auftrag geben. Also, was heißt ein Dorfzentrum? Unser letztes Dorfzentrum. Wie viele Dorfzentrum hast du jetzt insgesamt? Genug. Doch, so konkret. So, hier haben wir jetzt gerade beispielsweise die schönen Verbesserungen von den deutschen Verbündeten. Also man kennt sich ja im Konsulat, das hat der Jawa Herzog ja zum Beispiel bei den Japanern auch schon schön gezeigt, mit verschiedenen Nationen verbünden. Und wir haben eben zur Auswahl die Deutschen, die Russen, die, jetzt mal scharf nachdenken, wen haben wir noch? Ich glaube die Briten noch, aber da bin ich mir jetzt gerade akut gar nicht sicher, muss ich nochmal nachgucken. Aber für mich sind hauptsächlich eben die Deutschen und die Russen sehr relevant, weil man eben von den Russen eine Fabrik im vierten sich anfordern kann und von den Deutschen eben so Zuflussraten geschenkt bekommt für alle Rohstoffe. Also jeweils halt eine für jeden Rohstoff. Das heißt also, da bekommt man schon durchaus auch nochmal ordentliche wirtschaftliche Boni, die eben einem auch das ganze Spiel überhelfen. Und deswegen ist das natürlich auch eine sehr dankbare Angelegenheit. Hier sehe ich, hinten wird schon eine Fabrik gebaut. Ich würde dir empfehlen, dass du deine Fabrik einfach dazu stellst. Mhm, das hatte ich vorher. Naja, so und ich habe jetzt... Unser einer Gegner ist noch im zweiten. Ja. Das ist leider wahr. Ich habe jetzt gleich volle Suttler, denke ich. Davon hält mich gerade nicht mehr allzu viel ab eigentlich. Das ist doch schön. Ja, ne, finde ich auch. Ja, ich bin jetzt auch... ...deine Fabrik, also ich bin längst noch nicht mehr voll, aber... Wo ist unsere zweite Fabrik jetzt hingerollt? Du stellst Fragen. Ach, hier runter, okay. Gut. Ja, dann stell du doch gleich einfach mal deine Fabrik dazu, oder? Ja, ja, aber bis ich die habe, dauert es eh noch eine Weile. Ja, ist ja kein Problem. Aber gucke mal hier, man hat sich hier eingebunkert. Oh, Yanni-Chan. Ja. Schöne Zeitalter 2, Yanni-Chan. Aber man sieht es halt trotzdem, also wie viele von meinen Einheiten diese Zeitalter 2, Yanni-Chan, äh, gegen meine Industriezeitalter, ähm, Leute noch töten. Also es ist halt glücklich. Und jetzt kommen da unten auch noch die Elite-Kojotenläufer dazu. So. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Riesenhaufen Welle gebaut. Und in der Mitte spiele ich jetzt gerade hier weiter meine Vorteile aus. Ja, gut, gegen beide kann ich da natürlich nicht halten, da rasieren sie mir jetzt einmal die Armee weg. Aber das ist schon okay. Also es ist nicht okay, dass wir die Armee wegrasieren, aber es ist verschmerzbar. Ich habe jetzt gleich meine Wachmusketiere und dann werde ich da mit, ja, mit 9 Orgelkanonen und einem Haufen Musketiere mal nach vorne gehen. Jo, mach den Sack aber noch nicht zu. Ich würde das hier gerne noch, wie gesagt, eben, weil es ja ein Show ist, einfach halt noch ein bisschen ausreizen. Kein Thema. So, und hier spielen wir schönes Hit-and-Run. Wobei ich sagen muss, dass mir das auf der Osmanen-Seite eigentlich ganz gut gefällt. Ähm, also, muss ich lobend erwähnen, dass da eben die Welle so sehr schön, äh, weit vorgezogen sind. Jetzt mal gucken, was hier passiert mit 9 Orgelkanonen. Wo denn? Habe ich hier ja jetzt schon relativ viel Durchschlagskraft und unser einer Gegner hat jetzt auch das Festungszeitalter erreicht. Eigentlich hatten wir das Gefühl, dass die beiden ziemlich gut sind und das sieht ja jetzt gerade mal so gar nicht so aus. Ich werde jetzt da oben hier gerade ziemlich rasieren, schätze ich. Ach du Scheiße, ja. Wenn man Muskeltiere angreifen, erst recht. Ja, gut. Die rasierst du da jetzt gerade beinhart weg. Wie gesagt, lass dir da ein bisschen Zeit. Sonst komme ich hier überhaupt nicht mehr dazu, das Let's Show zu einem Let's Show zu machen, sozusagen. Bis ich hier nämlich mal auf wirtschaftlicher Stärke bin, vergeht halt auch noch ein Weilchen. Gut. Das war's mit dem Kampf da oben. So, jetzt können wir hier unten mit den Deutschen mal unseren Vertrag auflösen. Das hätte ich eigentlich auch schon viel früher machen können, aber ich bin ja gerade wieder am Pennen, meine Lieben. Wie sich das gehört. Hier können wir eigentlich auch mal die Verbesserungen machen. So, jetzt ist die Frage. Jetzt bräuchten wir eigentlich tatsächlich mal ein paar Goldsammler. Damit wir da nicht völlig den Überblick verlieren, stellen wir die da hin. Hier in diesem zweiten Gebäude, was wir gebaut haben, werden übrigens fliegende Krähen produziert. Das ist eine besondere Artillerieeinheit. Funktioniert so ein bisschen ähnlich wie bei den Kanonen, mit den schweren Kanonen von den europäischen Nationen, beziehungsweise mit den Bombarden. Eigentlich genau das gleiche Prinzip. Also man hat eine Artillerieeinheit, die man halt so nicht bauen kann, sondern die man eben halt sozusagen nur sich schicken lassen kann. Und in diesem Fall ist es halt so, dass sie produziert werden von diesem Wunder hier. Sind so bedingt effektiv, würde ich sagen. Also sie sind halt sehr langsam, sehr teuer auch. Also an Rohstoffen vor allem. Äh, nicht an Rohstoffen, an Bevölkerungsplätzen. Also ich glaube, eine fliegende Krähe kostet, bin ich mir jetzt gerade akut nicht sicher, aber ich glaube acht Bevölkerungseinheiten. Schauen wir doch mal gerade. Da bin ich mir gerade auch absolut unsicher. Sieben waren es. Aber ja, also jedenfalls halt wahnsinnig viel. Und man muss faktisch sagen, dass sie so viel halt auch nicht wert sind. Also sie sind sicherlich wertvoll. Also es ist eine schöne Artillerieeinheit, weil die asiatischen Völker leiden ja auch so einfach ein bisschen drunter, dass sie keine wirklich vernünftigen Artillerieeinheiten zur Verfügung haben. Sondern sie haben halt alle irgendwie nur so komische kleine Mörser, die halt an sich ganz gut sind, aber die halt auch nicht wirklich zum, äh, Einsatz gegen Gebäude taugen. Ja, das ist richtig. So, aber das ist euer Problem. Ihr habt kein Holz mehr. Das kann ich natürlich verstehen. Und so langsam sind hier auch mal alle Tiere in der Mitte abgegraft. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Zeit man hat, wenn man sich hier tatsächlich, äh, wenn man, äh... Ja, wobei ich muss sagen, ich bin halt trotzdem die ganze Zeit jetzt auch schon an Mühlen dran, weil ich einfach nicht alle Siedler hier in die Mitte stellen will. Nee, also ich hab mittlerweile natürlich auch so das ein oder andere Reißfeld auf meiner Seite. So ist es nicht. So, und jetzt... Ich hab inzwischen also halt wirklich auch fast alles an Reißfeldern und Mühlen dran. Okay. So, und das Letzte, was wir jetzt im Endeffekt uns noch holen, das ist ein Wunder, ähm, dessen Effekt eigentlich gar nicht so relevant ist. Ich find ihn nicht so durchschlagend. Aber das ist insofern sehr lustig jetzt, dass uns das nochmal 20 Torfbewohner gibt. Wir haben jetzt im Moment 99. Und, äh, wenn wir da jetzt nochmal 20 draufrechnen, könnt ihr euch das ja selber überlegen. Kommt eine Menge bei rum. Das Problem ist nur, da kommt zu viel bei rum, weil dann hat man im Endeffekt zu viel wirtschaftliche Stärke, die einem nix bringt, weil man zu wenig Militärbevölkerung hat, um die tatsächlich auszunutzen. Äh, dementsprechend bin ich an der Stelle dann immer geneigt, halt einfach einen Teil davon zu töten, äh, von diesen 20 Torfbewohnern eben ein Gratis bekommt. Also nicht alle natürlich. Also es ist schön, einfach, wenn man noch ein bisschen mehr hat, als diese 99. Aber alle ist halt, wie gesagt, auch einfach halt ein bisschen zu krass. Also, äh, das lohnt einfach nicht. Hier sind wir gerade fröhlich dabei, die ganzen Verbesserungen für unsere, ähm, für unsere Einheiten zu machen. Und so langsam können wir hier auch einfach nochmal ein paar Einheiten aufs Feld holen. Fünftes ist bei mir jetzt auch in der Mache. Und volle Dorfbevölkerung haben wir jetzt auch. Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit meine Verbesserungen in der Fabrik nicht gemacht, für die Mundsproduktion. Das ist natürlich nicht so ideal. Nee, ist so überhaupt nicht ideal. Da dachte ich, ich kann hier mal so richtig schön boomen, wirtschaftlich, und dann sowas. Das hat er sich so gedacht, ne? Ja. Dafür hab ich jetzt auch imperiale, nee, imperiale Ribos hab ich noch nicht, aber ich hab auf jeden Fall wieder einen Riesenhaufen Ribos gerade gebaut. Darum ging's mir eigentlich. Ich brauche doch tatsächlich mehr Holz. Was? Der greift ja meine Dorfbewohner an, ob du Lack gesoffen hast. Komm mal her, Kollege. Was ich bisweilen ein bisschen nervig finde an den Feldern ist, also die Chinesen haben ja nur, genauso wie die Japaner auch, eine Form von Feldern, halt Reisfelder. Das ist an sich angenehm, weil man halt keine teuren Plantagen bauen muss. Aber es ist andererseits auch ein bisschen nervig, einfach deswegen, weil man dadurch auch, warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken, wo meine 20 Siedler hinlaufen, die ich gerade für Lau gekriegt habe. Kommt mal bitte alle hier hin. Weil es heißt, dass man halt auch sehr, sehr stark aufpassen muss, was man mit den Leuten macht, weil man unter Umständen versehentlich einfach auch sozusagen mal ein Reisfeld falsch eingestellt haben kann und dann ist das halt einfach doof. So. Ihr holt mir jetzt noch Nahrung ran und euch acht bringe ich dann mal schweren Herzens um. Das werden wahrscheinlich die einzigen Dorfbewohner, sein, die man Gegner in diesem Spiel kriegt. Die sind alle voll. Die Reisfelder. Dann baust du mir hier nochmal ein Reisfeld und du baust da nochmal mit. Und du auch. Wobei, ne, du kommst jetzt mehr nach vorne und baust mir hier mal zwei Kasernen. Ne, bleib wohl doch bei einer Kaserne, weil wir einfach kein Holz haben. Warum hab ich denn so wenig Holz? Das kann mal nie sein. Gut, dann gehen drei von euch nochmal Holz hacken und ihr geht da nochmal Tiere sammeln. Aber was weiß ich, was soll denn der falsche Geiz? Ihr könnt doch eigentlich ruhig alle Holz sammeln. So nötig haben wir es ja jetzt doch nicht. Also ich meine, ihr seht ja, wie viel Ressourcen wir auf der Tasche haben. Ich glaube, dass der immer noch auf die Kojotenläufer geht. Die sind zwar schön schnell, ne, aber der kriegt dir so dermaßen auch die Fresse von meinen Einheiten. Das ist wirklich ein Fest. Ich langweile dich da mit meinem Let's Show ein bisschen, ne? Ne, alles gut. Mach du mal. So, jetzt haben wir hier auch bald unsere Stärke. Ich hab ja zu den einzelnen Bannerarmeen auch noch gar nichts gesagt. Ich bin wirklich in diesem Spiel ein bisschen unkonzentriert. Das tut mir leid. Das ist leider nicht das Erste, was wir heute spielen. Dementsprechend sind wir nicht ganz konzentriert. Nicht mehr ganz konzentriert, muss man fast sagen. Ja, das ist wahr. Ah, was fehlt mir hier? Jetzt fehlt mir hier noch mehr Holz. Ach, come on. Wie viel Holz könnt ihr denn brauchen, ey? Wobei, ne. Lieber nochmal die Münzverbesserung. Also, was angenehm ist an den Chinesen, ist auf jeden Fall, dass sie eben die meisten Ressourcenverbesserungen, die es so gibt, eben auch haben. Also, sowas wie königliche Münzanstalt, Gefriertechniken und so weiter. Also, die wirklich sinnvollen haben sie auch alle. Das ist ja längst nicht bei allen Völkern der Fall. Beispielsweise die Indianer haben die ja nicht. Und das ist echt nervig, weil damit fallen die Indianer einfach wirtschaftlich wahnsinnig hinten ab, irgendwann. Ja. Das können wir ja auch gerade hier anschaulich bei unserem Gegner beobachten. Ja, wobei, das ist nicht das Hauptproblem für den gerade. Ja, der hat noch ganz andere Probleme, das ist schon richtig, aber es ist zumindest auch ein Problem. So, was brauchen wir hier noch? Äh, ehrenhafter Kang-Pekinier, Kiang, Kiang-Pekinier, Verzeihung. Die können wir auf jeden Fall auch nochmal erforschen. Und wir bauen hier noch eine Burg hin. So, dann haben wir hier jetzt auch volle Bevölkerung. Sieht nach gar nicht so viel aus. Das liegt hauptsächlich eben daran, dass wir jetzt hier halt die fliegenden Krähen dabei haben, die halt pro Stück eben sieben Bevölkerung fressen und daran, dass wir eben jetzt bescheidene 111 Siedler haben. Ähm, so viele hätte ich normalerweise auch nicht in einem normalen Spiel jetzt gebaut. Da hätte ich wahrscheinlich ein paar weniger am Leben gelassen, also mehr von den 20, die ich jetzt zum Schluss nochmal, äh, äh, bekommen habe, getötet. Aber so im Endeffekt brauche ich hier Militärinheiten wahrscheinlich sowieso nicht. Deswegen kann ich hier einfach halt mal ein bisschen entspannt, äh, die Wirtschaft hochboosten. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt lustig. Das war jetzt echt nicht so, dass wir hier ein gezieltes, äh, easy Spiel machen wollten, um die, um die Chinesen hier mal adäquat vorzustellen. Aber irgendwie läuft es jetzt doch darauf hinaus. Ja, genau. Also es war tatsächlich eigentlich gar nicht beabsichtigt, sondern es war halt einfach leider so, dass, äh, unsere Gegner sich jetzt schwächer herausgestellt haben, als es ihre Statistik hat vermuten lassen. Genau, wir achten ja eigentlich immer darauf, dass wir sehr ausgewogene Spiele haben, wo es auch oft genug mal wirklich knapp wird. Ja, klar. Ich meine, wir spielen ja im Endeffekt auch nicht, um zu gewinnen, sondern um spannende Spiele zu haben. Richtig, ja. Das Gewinnen ist natürlich auch ein Teil des Ganzen. Das ist jetzt gerade lustig, dass ich das sage, weil, äh, wir oft genug schon an dem Punkt waren, wo ich, äh, naja, also... Eigentlich sind unsere Meinungen hier gerade ein bisschen invertiert. Genau, eigentlich ist der Wunderbare da deutlich zielstrebiger und auch, äh... Genau, ich spiele eigentlich immer mehr, um zu gewinnen und der Herr Ja war mehr für den Spaß an der Freude und, äh... Das hat schon zu der einen oder anderen Diskrepanz geführt, so... Ja, tatsächlich. ...darkochen darüber, warum wir jetzt verloren haben. Und ich sage, ja, mein Gott, mal verliert man, mal gewinnt man so. Oder mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Und ich dann so, was? Wie kannst du nur... Ungläubiger, fick dich. Du dumme Fotze. Das kann ja wohl nicht angehen. Was bist denn du für ein Loup? Genau, unprofessionelle Kackscheiße. Du bist so ein Kackbun, ich werde dich melden, Alter. Die üblichen Sachen halt, ne? Genau, sowas. Also, ich meine, man muss ehrlicherweise auch mal sagen, wir machen den ganzen YouTube-Scheiße ja auch eigentlich nur wegen dem Geld. Ähm... Jetzt geht's aber los. Wenn wir hier gerade schon bei den Geständnissen dabei sind. Also, wir machen den Scheiß eigentlich nur wegen dem Geld und wir hassen uns im Real Life tatsächlich fürchterlich. Also, es ist echt... Also, sobald wir das Kommentar abgeschaltet haben, also, wir kotzen uns wirklich einfach nur noch im Strahl gegenseitig an. Juh. Also, die Vorstellung ist genauso unschön, wie es tatsächlich in Wahrheit auch ist. Ja. Also, wie gesagt, uns beiden will man eigentlich zusammen nicht über den Weg laufen. Da ist in der Regel nicht wirklich eitel Sonnenschein, außer wir nehmen halt zusammen auf. Da geht's, wie gesagt, dann ums Geld und da ist man dann doch schon mal bereit, eben auch so die persönlichen Interessen ein bisschen zurückzustellen. Ja, ja, da standen ein... Ich gehe jetzt auch nochmal nach vorne. Oh, guck mal, da kommen sogar ein paar mehr. Meister-Koyoten-Läufer. Ja, Meister. Will ich mal sehen, was der Meister macht. Wenn ich mit Imperial-Gurillas und Elf-Ribos da antanze. Ja, komm doch. Ich vermute mal, jetzt so aus dem Bauch heraus, er wird dann einfach nicht mehr viel machen. Wir haben ja Einheiten verloren, fällt mir gerade auf. So war eine Scheiße aber auch. Wie konnten sie nur. Und was mir auch gerade auffällt, wir könnten diesen doofen Handelsposten eigentlich endlich mal einnehmen. Schön, er greift mich mit Dorfbewohnern an. Das erscheint mir eine sinnvolle Idee. Und, alter Minute-Man. Jede Menge Minute-Man. Der hat aus jedem seiner Dorfzentren Minute-Man gepumpt. Oh Gott. Irgendwie macht mich das betroffen. Wie der auf seine Quote gekommen ist, ist mir auch ein ungelöstes Mysterium. Ja. Also mir tötet er jetzt wirklich alle Ribos hier unten, aber... Naja, das ist mir halt relativ egal. Ob die halt neu und gut ist. Ja, ich glaube, also wirtschaftlich spielt dieses Spiel eine relativ eindeutige Sprache. Ich bin gleich wirklich auf die Statistik gespannt, weil die wird wirklich sehr, sehr eindeutig ausgehen, glaube ich. Na gut, bei mir ja gar nicht mal so sehr, weil, also ich habe natürlich jetzt wahrscheinlich, wenn es gut läuft, eine ausgewogene Kill-Death-Racer, ne? Ja, stimmt. Das ist so das Schicksal der... Der Chinesen. Ach, Quatsch. Portugiesen vor allem, jawohl. So, da kommen wieder meisterstreunde Meister-Jaguar-Läufer. Also man sieht es hier, die fliegenden Krähen sind schon sehr, sehr stark gegen Gebäude. So, da hat der eine schon mal verstanden, dass er keine Chance mehr hatte. Ja, und da war der zweite. Ja, genau. Also wir haben das hier jetzt natürlich absichtlich ein bisschen rausgezögert, damit ich das hier mit den Chinesen einmal bis zum Ende vorführen kann. Also wir haben jetzt natürlich keinen starken Gegner gehabt, der konstant nachgepumpt hat. Dementsprechend war es jetzt auch ein bisschen schwierig, das zu zeigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man mit den Chinesen einfach sehr, sehr viele Ressourcen zur Verfügung hat, dadurch, dass man eben viele Siedler hat und dass die Einheiten auch einfach halt günstig sind. Und sie sind vergleichsweise auch gar nicht mal so schwach. Also so ein Akubisier hat, ja, 31 Fernangriff mit einem zweifachen Bonus gegen schwere Kavallerie. Das heißt, wir kommen eben bei, naja, 62 raus. Das ist solide. Ich meine, hat natürlich deutlich weniger Lebenspunkte als beispielsweise so ein imperialer Rotrock oder so. Das heißt, also es ist natürlich schon ein Plänkler und jetzt nicht unbedingt der Beste, den es im Spiel gibt. Aber es ist nichtsdestotrotz einfach so, dass man halt mit den Einheiten doch ganz gut arbeiten kann. Und gerade eben in dieser Einheitenübermacht, die man hat, kann man gerade im vierten, fünften Zeitalter mit denen schon echt eklig werden. Ja, also die Chinesen spielen halt ganz klar auf Masse statt auf Qualität, was so die Statistiken angeht. Also die Rotröcke sind natürlich um einiges stärker, gerade auch was den Angriff angeht. Also die Lebenspunkte sind im Vergleich zu den Akkibusierenden ja sogar ganz okay. Und auch die Changdao sind für Nahkämpfer relativ schwach, gerade was die Lebenspunkte angeht. Also der Faustkampfangriff ist ja auch in Ordnung mit 33, 2,3-fach gegen Kavallerie. Das haut schon rein. Aber Lebenspunktetechnisch halt ein Witz. Ja, klar. Also die sterben halt relativ schnell weg. Und genau das ist halt auch so ein bisschen das Problem mit denen. Aber wenn man halt im Endeffekt, also man kann sich zwei Karten aus der Heimatstadt schicken lassen, die einem die Produktion von Einheiten beschleunigen und die muss man sich auch definitiv schicken lassen, weil ansonsten wäre diese Bannerarmeen einfach zu langsam ausgebildet. Wenn man die beide aber hat, dann kann man eigentlich relativ solide aus vier Kasernen halt einfach gegenhalten und hat dann im Endeffekt immer mindestens zwei Einheitentypen auf dem Feld, was halt eben so eine Armee auch recht vielseitig macht, was ganz angenehm ist, muss ich sagen. Wir sehen es hier jetzt an den Ressourcensammelraten. Also ich bin natürlich weniger weit oben als der Portugiese. Natürlich, klar, mit den Portugiesen, mit den vier, fünf Dorfzentren, die man zum Schluss hat, hat man natürlich viel, viel schneller seine Siedler. Das ist klar. Genau, aber im Endeffekt ähnlich. Die Steigung ist ähnlich. Genau, das ist halt das Relevante. Also ich hatte halt deutlich schneller meine Dorfbewohner. Ich hatte zwei Fabriken im vierten schon, bevor ich ins fünfte gegangen bin. Das heißt, da kommt man relativ schnell auf hohe Sollstärke. Aber die Steigung ist ähnlich stark und das ist eigentlich das, was ins Gewicht fällt. Das heißt, ein Chinese wird auf lange Sicht auch ein Holländer überholen können. Und insofern hat man da eine wirtschaftliche grundsolide Basis. Das ist nicht ganz so schnell, nicht ganz so ein krasser Boom, wie das von einem Portugiesen oder vielleicht von einem Briten gespielt wird. Aber halt durchaus lohnenswert. Ja. Sie sind halt am Anfang unglaublich schwach. Das ist in meinen Augen eben das große Problem. Dadurch, dass sie am Anfang eben keine Schießpulvereinheiten haben, sondern die erst ab dem dritten Zeitalter kriegen, ist das ein echtes Problem, weil diese doofen Chukunu, die können da einfach wirklich gar nichts. Die sind ungefähr so stark wie ein Langenbogenschütze oder vielleicht wie ein Armenbrustschütze oder sowas von einer europäischen Nation. Aber sie sind halt viel, 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 viel schwächer, was die Lebenspunkte angeht. Genau, also vom Angriff her sind die okay. 95 Lebenspunkte ist halt einfach nichts. Das heißt, man braucht eigentlich mindestens so 30, 40 Prozent mehr Einheiten als der Gegner am Anfang, um eben irgendwie zu halten. Und dafür muss man sich eigentlich schon fast Ressourcenkisten en masse schicken lassen, weil sonst kriegt man die auch nicht. Die sind zwar billiger, aber auch nicht so viel billiger als andere Einheiten. Und deswegen hat man am Anfang, glaube ich, mit denen genauso eigentlich wie mit den Indern durchaus große Probleme. Aber unsere Gegner haben auf jeden Fall auch nicht so wirklich gemacht, was sie tun. Unser Osman ist noch nicht mal auf 50 Dorfbewohner gekommen. Der hat noch nicht mal über 45, also die Verbesserung in der Kirche für über 45 Dorfbewohner gemacht. Ja, genau. Und auch keine neuen Dorfzentren gebaut. Also der hat ja schon ewig gebaut, um ins Dritte zu kommen. Und auch unser Erokese hat hier definitiv zu wenig und zu langsam Dorfbewohner gebaut. Der hätte mit dem Lagerfeuer... Aztekke war es, aber ja. Ja, Aztekke, klar. Der hätte mit dem Lagerfeuer mindestens so schnell sein müssen wie der Chinese, glaube ich. Ja, ja. Also vor allem mit den Kriegerpriestern und den Dorfbewohnern, da dran kann man das ja wirklich machen. Ja. Obwohl die Irokesen halt auch nicht unbedingt ein Volk sind, die jetzt mega stark wirtschaftlich... Aztekken. Aztekken, verdammt. Aber generell alle Indianervölker sind wirtschaftlich nicht so stark. Aber gut. Das wussten wir nicht, sonst hätten wir nicht gegen die beiden gespielt. Wir hatten das Gefühl, dass das durchaus ausgewogener gewesen wäre, so rum. Ja. Also, wie gesagt, also was halt wirklich brillant ist an den Chinesen, ist halt, dass man eben sehr, sehr viele Einheitenslots zur Verfügung hat. Man hat eben diese Fabrik, die man sich schicken lassen kann und sich auch tunlichst schicken lassen sollte. Also das ist auf jeden Fall ein gigantischer Bonus, dass man einfach gratis nochmal so eine Fabrik hingestellt bekommt. Man hat die Zuflüsse an Ressourcen, die man von den Deutschen kriegt, die man sich auch eben tunlichst holen sollte. Also man kann im Endeffekt damit mit einer europäischen Nation mithalten. Aber man kann es nicht am Anfang, in einem Rush sind sie in meinen Augen eben deutlich schlechter, als es zum Beispiel halt eben so Russen sind oder Deutsche oder sowas, die halt am Anfang viel, viel stärker sind. Aber Richtung Ende können die Chinesen schon richtig eklig werden. Was wir jetzt nicht gesehen haben, weil der Osmaner schlicht und angreifend keine gebaut hat, ist, dass sie aber ein Riesenproblem haben mit Kavallerie. Ja, absolut. Also hauptsächlich mit der französischen Kavallerie. Also sie haben ein Riesenproblem mit Gendarmen, weil diese Einheiten, also man sieht es hier auch so ein dober Changdao, der auf Imperial verbessert ist, hat gerade mal 260 Lebenspunkte. Ein Gendarme macht 66 Schaden und der hat noch Flächenschaden. Das heißt, der haut auch noch 3, 4 von diesen Changdaos auf einmal an. Die haben zwar einen 2,3-fachen Bonus gegen Kavallerie im Nahkampf, aber die kommen einfach nicht dazu, den auszuspielen, weil die gegnerische Kavallerie sie einfach zu schnell wegrasiert. Denn selbst wenn sie den ausspielen, kommen sie vielleicht auf einen Angriffsschaden von 100 oder so. Und dann ist er trotzdem tot. Und das ist gerade mal ein Zehntel Gendarm. Ja, genau. Elftel sogar. Zwölftel fast. Also das ist halt wirklich fatal. Im Endeffekt mit jeder Nahkampfkavallerie, auch britische Gärtner-Husaren oder so, würden da echt reinhauen. Ich meine gar nicht, britische Leibgarde oder die Gärtner von den Osmanen sind das, glaube ich, die spielen Gärtner, ne? Ich meine, ja. Oder halt Kosaken oder was auch immer, die würden alle ziemlich reinhauen, aber die Gendarme sind halt so die gefürchteten, die gefürchtete Kavallerieinheit. Man sieht die anderen Reiter relativ selten, weil die halt auch sehr teuer sind, so wie der Gendarme, aber halt nicht ganz so viel Gegenwert haben. Ja, genau. Gerade der Splash-Damage von den Gendarmen, der haut halt richtig rein gegen Infanterie-Massen. Und man kann sich eben halt wirklich auf die Hinterbeine stellen, man kann machen, was man will. Und es ist halt einfach trotzdem so, dass man mit den Chinesen gegen diese doofen Gendarme nicht ankommt. Also ich habe tatsächlich Spiele gehabt, wo ich eben jetzt, genauso wie jetzt eben, wunderbare wirtschaftliche Stärke habe, mit 120 Dorfbewohnern, naja, mit 110 da am Produzieren war und Einheiten gepumpt habe, bis zum Gehtnichtmehr. Und trotzdem bin ich nicht in der Lage gewesen, einen wirtschaftlich schwächeren Franzosen alleine fertig zu machen, weil ich einfach halt keine Chance hatte, diese doofen, 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 Husan-Blödsinn-Gendarme irgendwie umzubringen. Weil alles, was gut gegen Cavalry ist, bei den Chinesen hat wenig Leben und das ist, wie gesagt, eben ein Riesenproblem. Am Anfang ist es nicht so... Es gibt schon einen Grund, warum die gebufft sind und warum die in Turnierspielen nicht gespielt werden dürfen. Die Franzosen meinst du? Ja. Ja, das stimmt. Und am Anfang ist es nicht so drückend. Also wir haben ja gesehen, ich habe am Anfang nicht diese Standardarmee gebaut, wo eben Steppenreiter und Schokonus drin wären, sondern ich habe die Armee gebaut, die statt den Steppenreitern eben diese Kank-Pekiniere enthält. Die sind eigentlich ganz gut halt gegen Cavalry und sie haben vor allem halt auch so ein bisschen mehr Nutzen gegen zum Beispiel Musketiere oder Plänkler eben. Also gegen Plänkler, wobei gegen Plänkler ist die Cavalry schon wieder ganz gut, aber gegen Musketiere sind halt diese Pekiniere halt einfach auch ein bisschen sinnvoller. Wir haben also das Problem, das ist gerade am Anfang, finde ich, halt sehr störend, dass wir halt immer Nahkampfeinheiten halt dabei haben, hier bei den chinesischen Bannerarmeen. Und diese Nahkampfeinheiten, die sind im Endeffekt halt einfach nicht so viel wert. Also wenn man, ich würde jederzeit halt lieber sechs Schokonus haben, als halt diese doofen drei Pekiniere noch dabei und würde dann halt vielleicht noch ein paar Pekiniere halt separat bauen. Wenn der Cavalry da kommt. Richtig, genau, wenn Kavalry kommt. Aber das Problem ist einfach, bis die beim Gegner angekommen sind, sind die in der Regel tot. Und im Nahkampf besiegt so Musketier so einen blöden Pekiniere trotzdem. Das heißt also, wirklich sinnvoll ist das halt nicht. Deswegen, finde ich, sind die Chinesen halt gerade am Anfang sehr, sehr schwach. Man muss halt gucken, dass man den Anfang überlebt. Und dann hat man eben ganz gute Chancen im Late Game, viel, viel Frust zu bereiten. Also wir haben auch schon Spiele gegen Chinesen gespielt. Da haben wir uns wirklich echt zusammennehmen müssen, weil die wirklich, wirklich gut gespielt haben. Und dadurch, dass die Einheiten auch so billig sind, können die einfach unendlich lange einfach gegenhalten. Wenn also jedem europäischen Volk schon die Ressourcen ausgegangen sind, denkt sich der Chinese, ach komm, nochmal 600 Einheiten. Ja, ganz genau. Also da wird man echt überschwemmt. Und das kann echt anstrengend werden. Genau. Und wenn der Chinese einmal die Übermacht hat, das jetzt nochmal als letztes Fazit vielleicht, bevor ich euch wirklich eingeschläfert habe, dann ist er halt wirklich fatal, weil wenn man halt nicht mehr die Stärke hat, um die Einheiten von ihm schnell genug abzureißen, dann dadurch, dass die Einheiten ja passablen Schaden machen, ist er einfach unglaublich stark. Ja, absolut. Also passablen Schaden, wenn man einmal die Armee hat, ist es in Ordnung. Schwierig wird es halt, wenn man einen Gegner hat, der genauso gut die Armee von sich wieder aufs Feld stellen kann. Schneller Franzose und ähnliches. Oder wenn man gar in Unterzahl kämpft. Richtig, ganz genau. Na gut, dann würde ich aber sagen, wäre es das mit dem Spiel. Ja, wir bedanken uns heute herzlich fürs Zusehen. Genau, man hört sich in zukünftigen Videos mit Mage Vampires. Macht's gut und auf Wiedersehen. Cheerio.